Hallo, moin zum Talk heute. Ich weiß nicht, welche Nummer es ist, wie immer. Es wird einfach wild durchgemixt am Schluss. Aber ihr seht schon, wer heute mit am Start ist. Und das ist der gute Abyss von VFish, vom Vengeance Fishing Club, damit ich jetzt auch schön geflaggt werde, weil ich Vengeance gesagt habe. Und ich würde sagen, er stellt sich mal ihm selber vor, weil das kann er bestimmt viel besser als ich. Ja, natürlich. Ich bin Moritz, aka Abyss. Und schon lange, lange im StarCraft aktiv. Aktiv, sagen wir es so. Wohne in Braunschweig. Studiere momentan. Immer noch Biologie seit ein paar Jahren jetzt. Immer noch ein Bachelor. Sonst, ja, wie Maralek schon gesagt hat, Team VFish. Die besten Fische. Auch nicht mehr das aktivste Team, also passt perfekt zu mir. Aber ja, mal gucken. Irgendwann wird man ja bestimmt wieder aktiv. So richtig, richtig aktiv. Ja, das hoffe ich natürlich. Dann gibt es jetzt einmal, die erste Standardfrage ist natürlich immer, woher kommt dein Name? Oh, das ist eine Geschichte. Also, ich weiß nicht mehr, wieso Abyss wirklich. Also, es hat angefangen, als ich elf oder zehn war, brauchte ich einen Gamertag. Und das war damals noch Super NoPro. Und dann hat sich das über... ...entwickelt. In StarCraft hieß ich alles Mögliche schon. Über die gute Humuss-Schicht, die man vielleicht von Aylith kennt. Über Soul Train, weil ich irgendwie super gerne Two Base Disruptor... ...ääh, nicht Disruptor Two Base Immortal Sentry gespielt hatte. ...auch wenn ich Serk war. Also, ein paar von uns wurden auch verlinkt, weil sie echt Profile haben. Aber ich war jahrelang verlinkt, weil sie sich nicht die Mühe gemacht haben, das zu checken. Ja, das ist schon... Wunderbar. Und dann sagst du, du passt mit deiner Aktivität in Wifisch rein. Wer ist denn da jetzt noch... Also, Aylith kennen halt wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, auch. Aber wen gibt es denn da noch, der aktuell aktiv ist oder nicht? Die meisten Leute, die sowas wie Fianton oder so, der aktiver ist, der ist halt nicht mehr wirklich in Wifisch. Der sitzt halt noch im Discord drin und alles. Aber der ist jetzt, glaube ich, im Team Rotti. Ist der bei Rotterdam, glaube ich? Ich meine, ja. Und sonst... Ein paar Leute spielen halt immer mal wieder, aber... Ich glaube, sonst... Ich weiß gar nicht, ob irgendwer noch groß aktiv ist. Ich sehe nur... Darrow sehe ich eigentlich nur auf Twitter. Der ist ja auch eher in Burgdorf momentan. Ja, das stimmt. Ist eigentlich ein Wunder, dass der noch nicht bei Zentex gelandet ist, ne? Ich glaube, da ist er glücklich. Naja, sehe ich nicht. Aber ja, läuft. Ja, wir waren alle noch nie so Fan von diesem wirklich großen Clan, würde ich sagen. Ich war früher mal mit ihnen in einem Clan, vor Jahrzehnten gefühlt. Damals Anfang Hotz und so. Einen guten Ra. Aber das war halt auch nur so ein kleiner Clan. Da waren ja vielleicht 15 Leute oder so. Ja, das ist ja noch überschaubar. Vermutlich meine aktivste Zeit. Ja, dann geh doch mal wieder da zurück. Reaktiviere die Leute von damals und dann wird wieder StarCraft gespielt. Ein paar Spiele, glaube ich, sind wir noch. Allein Tim, ne? Ja, der ist die Konstante in deinem StarCraft Leben, ne? Er ist die Konstante in meinem StarCraft Leben, ja. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter und gucken mal so ein bisschen, was man noch so über dich erfahren kann. Und dann frage ich doch mal einfach, hast du denn eine komische Angewohnheit, die du uns verraten würdest? Komische Angewohnheit? Gut zu sagen. Gute Frage, gute Frage. Also neben den ganzen komischen Sachen, die ich so mache jetzt, mir fällt jetzt keine komische Angewohnheit ein. Okay. Böse Zungen würden dich also ein Nommi nennen, ne? Ach, definitiv nicht. Ist eher weniger Angewohnheit, eher so im Allgemeinen Hobbys mäßig so. Ja gut. Ich meine, ich bin viel in allen möglichen Games unterwegs, überraschenderweise. Das ist ja jetzt für den meisten Zuhörer wahrscheinlich nicht so verrückt. Deshalb. Dann, ich spiele aktiv momentan Yu-Gi-Oh! wieder. Ich spiele D&D aktiv, ein- bis zweimal die Woche. Ja, das würde ich aber eher als Hobbys und nicht als komische Angewohnheit bezeichnen. Aber wenn ich das jetzt mal weglasse... Ähm... Ohne Würfel geht auch irgendwie nicht. Ja, ist halt D&D-Spieler ja auch nicht so falsch, wenn man auch ein paar hat, ne? Geht absolut gar nicht. Ich habe meine zwei, drei Würfelbeutel, ich brauche die. Nicht zwei, drei Würfel, zwei, drei Würfelbeutel. Richtig. Ja, ne? Von der Abwechslung, ne? Ja, ja. Ja, ich habe D&D bis jetzt nur online gespielt, deswegen kann ich mit wirklich physischen Würfeln noch nicht so viel... Ich muss sagen, selbst wenn ich online spiele, physisch Würfel ist einfach immer am besten. Ja, da bin ich noch nicht so drin. Welche D&D spielst du denn? Ist gut so. Wenn wir da mal direkt kurz einhaken. Fünfte Edition, also das neueste momentan. Okay. Schön mit allen Leuten, ich kenne die hier in der Gegend. Und ihr spielt so eine vorgefertigte Kampagne oder denkt sich selber jemand was aus? Also wir haben vier Slots sozusagen, in denen wir spielen. Zweimal die Woche und dann immer zweiwöchig. Alles selbst ausgedacht, also alles selbst eigene Homebrew-Welten. Ich meister auch einmal alle zwei Wochen. Und sonst meine Freundin, Aleph meistert einmal und noch eine andere Freundin. Nice, nice. Okay, welches ist dein Lieblings-Setting, sag ich mal, was ihr gerade spielt? Ah, das vom Setting her... Muss ja eigentlich mein eigenes sein, nein. Vom Setting her vermute ich das von meiner Freundin. Da läuft die Party-Dynamik gut und so. Aleph hat gerade erst angefangen. Also wie ist denn das Setting da? Also nicht nur wer spielt da mit, sondern wie... Also in was für einer Welt seid ihr da unterwegs? Es ist alles ja Fantasy, also. Okay. Und es ist alles sehr... Standard-Fantasy, sag ich mal. High Fantasy, High Magic. Und ja, ähm... In der Welt, die ich sozusagen am liebsten spiele momentan... Also am liebsten natürlich sind alle gerne gesehen. Das ist recht, Aleph mag ich natürlich gerne. Ähm... Es ist gerade momentan halt... Letztens war ganz viel Intrige und solche Sachen. Und das ist halt... War gut gespielt. Hat Spaß gemacht. Ja, das Letzte ist ja das Wichtigste. Wenn es Spaß macht, ist es ja auch für alle super, ne? Das ist ja das Ziel der Sache, also. Gut. Dafür arbeiten wir. Ja, was haben wir noch so? Mich interessiert dann auch so ein bisschen immer so, was sind denn so... Oder ich habe jetzt hier das sinnvollste... Oder vielleicht so sinnvolle Sachen... So ein paar sinnvolle Sachen, die du aus der Schule mitgenommen hast. Oh, sinnvolle Sachen aus der Schule. Ähm... Im Allgemeinen Englisch. In Klammern, ja. Weil ich habe ehrlich gesagt Englisch erst so gut nach der Schule gelernt. In der Schule lief das immer so ein bisschen mehr. Ähm... Ich könnte jetzt sagen Biologie, weil ich Biologie studiere. Gut, dass ich das in der Schule mitgenommen habe. Ein paar Sachen. Ich habe... Mein einer Mathelehrer war in der Oberstufe ganz gut. Er hat immer ganz viel dafür gesorgt, dass man auch schon weiter außerhalb der Schule sozusagen Sachen gemacht hat. Also weiterführende Sachen. Wir hatten auch einmal so eine... eine Woche, wo so ein paar Leute von uns in so ein Management mäßig reingegangen sind und sich das mal angeguckt haben und so. Das war eigentlich auch ganz interessant, falls man halt so was mal später machen möchte. Vermutlich nicht so 100% meins, aber es ist immer gut zu wissen. Das ist einmal gut, alles zu kennen und so. Ja, kann ich dir sagen, ist gut für dich später, wenn du... Selbst wenn du in die Forschung gehst, kann ich dir jetzt schon sagen, ist gut, wenn du so ein bisschen Management hintergehörst. Es ist immer gut. Es ist immer gut. Die Leute sind zum Teil so verplant. Ich merke das ja schon im Studium. Ich prüfe das ja. Wenn irgendwelche Leute die Praktika leiten, mehr verplant sind als du, der Praktikant ist, ist es immer wieder traumhaft. Ja, genau sowas. Und im Allgemeinen halt Kommunikationsskills und so, also mit Leuten klarkommen. Das ist natürlich das, wofür die Schulzeit gefühlt gedacht ist. Du lernst da so viele Leute kennen. Ich glaube, das ist einfach fast schon am besten, einfach soziale Kontakte küpfen. Ich meine, ich habe immer noch Freunde aus der Schulzeit. Beispiel A-List, den kenne ich seit der 5. Klasse. Okay, krass. Also, es ist immer halt viele Kontakte geknüpft. Meine Freundin kenne ich auch schon seit der Oberstufe, mit der ich jetzt zusammen bin. Also, es ist, ich finde es einfach ganz gut, wenn man halt wirklich mit vielen Leuten interagieren kann. Man lernt das sozusagen. Man lernt auch mit den Lehrern halt zu interagieren. Das hilft mir jetzt im Studium ganz viel, wenn ich halt weiß, wie man mit Älteren, mit seinen Lehrleuten umgehen kann. Obwohl das im Studium nochmal ein bisschen anders ist. Aber hier ist es nochmal ein bisschen noch entspannter. Immer wieder. Ja, glaube ich. Immer wieder spaßig, wenn man nicht weiß, wie man E-Mails zurück an seinen Professor schreibt, wenn er ankommt mit Hey Moritz. Und du bist so gut. Ja, kann ich jetzt auch. Hi Robert. Ja, genau. Das ist verständlich. Das kenne ich auch sehr gut. Mal gucken, ob man auf Du wechseln darf. Ja, das ist immer die Frage. Wer fragt oder wer bietet an? Das ist immer so ein Ding. Vor allem, wenn man, sag ich mal, bist du an der Uni oder an der Fachhochschule? Ja, Uni. Ja, dann sind ja auch meistens noch mehr Leute in einem Kurs, sodass man vielleicht nicht so den direkten Draht während oder nach der Vorlesung mal hatte. Und dann weiß man, okay, da geht das und da geht das nicht. Oder er sagt das sowieso. Sondern wenn man sich, sag ich mal, mehr oder weniger dann über Vorlesungen oder auch über E-Mail dann nur kennt, sag ich mal, dann ist die Kommunikation ja manchmal noch ein bisschen schwieriger. Da war man nicht so dieses Face-to-Face, man guckt, wie andere so drauf ist. Erst recht über die Corona-Pandemie war es ja noch mal schlimmer, weil da hatte ich dann zum Teil halt ein Jahr lang eigentlich keine Vorlesung Präsenz. Und dann hast du halt kein Face-to-Face mit dem Professor. Er hat eine Kamera an, du sitzt da und hörst zu. Und alle anderen sind stumm und haben die Kameras aus. Ja, natürlich. Ich habe ja in der Zeit auch genau ein Semester unterrichtet. Das war eine Katastrophe. Man hört ja halt, fühlt die Hälfte jetzt halt gar nicht zu. Ich meine, es ist echt schwer, Online-Vorlesungen zuzuhören am PC, weil ich habe halt einen zweiten Bildschirm und das ist YouTube offen. Ja, genau. Vielleicht dann nochmal durch Twitter scrollen und dann, na mein Gott. Was hat er gerade gesagt? Ach komm, da ist eine Katze. Erst mal Katzen-Videos nebenbei gucken. Ich studiere Biologie. Es ist doch... Du lernst. Tiere, ich lerne. Ich gucke mir das Tierverhalten. Genau so. Okay. Aber dann noch so ein, zwei Sachen zu dir und dann gehen wir mal Richtung nächste Runde. Und was ich gerne noch wissen würde ist, gibt es irgendwas, was du dir zu Weihnachten wünschst dieses Jahr? Oh, das fragen mich schon alle Leute. Du machst es mir echt nicht einfach. Mich auch. Ich brauche Inspiration. Willst du mir was schenken? Nein. Nee, vielleicht für ihr ist ja was dabei, was ich auch gebrauchen kann. Gut. Neben, ich glaube, ich wünsche mir vor meinen Eltern so richtig schöne so Pfeffermühlen, Salzmühlen mäßig so. Weil es sei dann einfach mal gut zu gebrauchen. Muss man nicht einfach so eine Salzstreuer benutzen und so. Und eine Chilimühle auch. Da kann man so richtig gut machen. Da muss man nicht die getrockneten Chilis oder so klein machen. Sonst, ich meine, ich bin für alles Mögliche auf meine Freude nach. Meine Freundin schenkt mir ein paar Yu-Gi-Oh! Karten. Das ist auch ein gutes Hobby von mir. Sonst, ich habe schon überlegt, ob ich mir von irgendwie noch ein Teil meiner Familie ein Brettspiel oder so wünsche. Weil es ist eigentlich auch immer geil, mal zu haben. Und ich hatte eigentlich mal Lust, so ein, zwei Brettspiele für zwei Leute zu haben. So wirklich welche, die nur für zwei sind. Sonst sitzt man immer da und spielt so. Ich spiele ja nicht Monopoly zu zweit. Genau. Das ist ja nicht der Sinn des Spiels. Ja, siehst du. Da hast du aber ja schon mal einiges. So was ja Mutini-Richtung. Da haben die Leute ja wenigstens eine Auswahl. Da ist die Chance, dass die Leute was doppelt schenken, ja relativ gering, sage ich mal. Du kannst ja allen was anderes geben. Ja, hoffe ich mal. Und sonst, ich meine, die Zubehör bin ich auch immer dafür da. Ich habe schon lange keine Wölfe mehr bekommen. Oha. Sehr gut. Und dann quasi Anschlussfrage. Gibt es irgendwas, worauf du dich nächstes Jahr schon freust? Ein paar Sachen. Ich freue mich natürlich auf die nächste Maralekos-Liga. Ach so. Okay. Es ist mein Monthly Starcraft. Ich werde vermutlich meinen Bachelor nächstes Jahr kriegen. Wenn alles klappt, wie ich es geplant habe. Also darauf freue ich mich. Dann bin ich nämlich damit schon mal durch. 20 nächstes Jahr. Ah. Es gibt so viel. Es gibt so viel. Ist jetzt schon ein ganzes Jahr durchgeplant, ja? Nee, nicht wirklich. Ich plane irgendwann noch mal eine paar E-Sports-Veranstaltungen zu besuchen. Letztes Jahr, jetzt war ich nur einmal unterwegs. Da habe ich mir einmal die europäische League of Legends-Szene angeguckt in Berlin. Das war ganz cool. Möchte ich nächstes Jahr mal wieder machen. Da bin ich auch ganz gut drin. Sonst, ich hatte vor, vielleicht nächstes Jahr zum Homestory Cup zu fahren. Vielleicht mal irgendwie, wenn irgendwas wieder in der Nähe ist. Vielleicht mal eine Dreamhack wieder besuchen. Das ist jetzt auch schon ewig her, seit ich Dreamhack Leipzig war. Also Dreamhack Hannover wäre jetzt für dich in Braunschweig quasi schon eine Sache. Ja, ein paar Leute, die ich kenne fahren hin, aber ich weiß nicht, wie viel E-Sport da ist. Ich habe halt durchgeguckt und ich glaube, es war nichts da, was mich wirklich angesprochen hat. Zwei Freundinnen und Freundinnen von mir fahren hin. Die haben dann auch da LAN-Slots und so, aber das darf ich ja nicht hinfahren. Kann ich auch von zu Hause spielen. Ja, das stimmt schon. Also LAN, wenn man Bock drauf hat. Ich bin ja LAN-Organ, ich darf jetzt nichts gegen LAN sagen. LAN sind super gut, aber ich finde diese riesigen LANs, LANs ist immer nicht so meins. Ich bin dann eher so, okay Leute, wir treffen uns zu zehnt und setzen uns so unbequem wie physikalisch möglich in den kleinsten Raum, wo wir reinpassen. Und dann sitzen wir da und es ist 75 Grad hier drin, aber wir haben alle mega Spaß. Also Oldschool LAN ist genau dein Ding, ja. Und spielen dann irgendwie so super alte Rennspiele und spielen das dann so zehn Stunden am Stück, weil wir so eine dumme Spielweise haben. Das ist immer, wenn man gewinnt, man Autos nach rechts, wenn man verliert, Autos nach rechts wechseln darf und immer bessere Autos bekommt. Und der, der als erstes beim ganz letzten Auto ankommt, hat verloren und das sind halt irgendwie 70 Autos. Das dauert halt nur irgendwie sechs Stunden. Man kann sagen, ihr habt ja auch eine lange Zeit Spaß auf jeden Fall. Es ist wunderbar, ganz ehrlich. Das haben wir jetzt lange schon nicht mehr gemacht, muss ich eigentlich mal wieder anstoßen. Ja, auf geht's. Und dann, wenn wir schon mal bei Games sind, dann gehen wir direkt mal rüber zum StarCraft 2 Teil des Ganzen. Und dann ist immer so ein, zwei Standard-Dinger am Anfang. Wann hast du mit StarCraft eigentlich angefangen und wie bist du dazu gekommen oder wer hat dich dazu angestiftet? Das habe ich mich heute, ich habe mir heute schon gedacht, dass diese Frage kommen wird. Und ich wollte extra raussuchen, wann ich mit StarCraft angefangen habe. Lass mich kurz googeln, wann StarCraft 2 rauskam. Juli 2010. Gut. Ende 2010, Anfang 2011. Okay, also relativ direkt. Sehr früh eigentlich angefangen mit StarCraft. Zumindest Rings of Liberty dann zu haben. Damals ein paar Kumpeln, ein bisschen 4 gegen 4 und so gespielt. Terrible gewesen. Ein bisschen dumm rumgespielt. Wie jeder angefangen hat. Das Beste, das ich meine. Dann habe ich ja schnell A-List auch noch dazu gebracht. Der hat dann ja 2011 auch angefangen. Oder 2012. Irgendwie in dem Dreh. Also ich bin mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall recht, am Anfang habe ich angefangen. Und dann habe ich aber erstmal, glaube ich, bis Heart of the Swarm eigentlich gefühlt gar nicht mehr gespielt. Aber dann habe ich da angefangen, wieder richtig zu spielen. Gut. Dann ist die nächste Frage. Du bist ja jetzt wieder Potas. Zwischendurch warst du Zerg. Davor warst du Potas. Was warst du ganz am Anfang? Und warum kommen die Switches da zustande? Also ganz am Anfang habe ich nicht wirklich irgendwas gespielt. Also da habe ich einfach alles mögliche gespielt. In Rings of Liberty, in Heart of the Swarm habe ich dann Zerg gespielt. Eigentlich nur Zerg. In Legacy habe ich dann angefangen mit Zerg ein bisschen. Und nachdem ich dann irgendwie so ein Jahr lang gar nicht gespielt habe, war ich so. Eigentlich wollte ich schon immer mal Protas spielen. Und jetzt kann ich auch Zerg eh gar nicht mehr. Und dann habe ich halt angefangen einfach Protas zu spielen. Und letztens hatte ich halt wieder Bock irgendwie Zerg zu spielen. Und habe dann halt diese eine Saison Zerg gespielt. Lief okay. Das Problem, was ich mit Zerg habe, ist, dass ich meinen Playstyle nicht gut spielen kann. Dieses, ich spiele eine Woche nicht und dann spiele ich Maralekos Liga. Ja, okay. Das geht mit Zerg nicht so gut. Da bin ich, wenn man nicht aufgewärmt ist, das erste Game in meinem CVT oder so. Das ist halt einfach arable gewesen. Ja, fühle ich. Und mit Protas geht das halt. Mit Protas ist das Makro und einfacher, finde ich, als mit Zerg. Weil du nicht auf so viele verschiedene Sachen gleichzeitig achten musst. Du kannst dich mehr darauf fokussieren, einfach nur Worker zu bauen und ein bisschen Units nebenbei zu bauen. Und wenn du einfach ein gutes defensives Play machst, so wie ich gegen Terran spiele, dann gewinne ich halt meistens einfach dadurch, dass ich besser Makro. Und mit Zerg musst du halt auf so viele Kleinigkeiten achten. Und du kannst dich gleichzeitig Units und Worker bauen. Das heißt, ich sterbe immer mit 70 Workern. Auf der perfekten Zeit. Ein Pro hat irgendwie 80, ich hab 70, bin richtig glücklich und dann sterbe ich gegen 12 Marines und das Game ist over. Ja, auch ein Klassiker auf der Letter. Also die Leute hier denken, ich hab drei Bases, vielleicht gerade so die vierte gebaut, gerade so fertig. Und dann kommt er rein, irgendwie zwei Bases Push, hast einmal nicht gescoutet, weil überall Turrets in seiner Base standen oder so ein Shit. Und dann nimmt er dich einfach hoch mit so ein paar Marines. Oder du hast es gescoutet und bist so ja defig easy. Und dann stirbst du einfach. Oh, noch kein Bailing gemorft, schade. Kein Bailing Nest gebaut. Oh, Bailing Speed vergessen, schade. Ja, genau sowas. Ach ja. Ja, aber da hast du ja schon zwei Rassen. Sieht man dich dann irgendwann nochmal als Terraner? Oder ist das anders? Ich muss sagen, immer wenn ich irgendwie zwei gegen zwei spiele mit Aleph oder in größeren Gruppen vier gegen vier oder sowas, spiele ich ja nur random. Aber Terran, nee. Es funkt, ich finde, Terran macht Spaß. Und auf rudimentärem Level habe ich halt kein Problem mit. Ich kann halt Makron. Wenn ich mit Protoss Makro und Terran Makro ist eh nicht genug, dass es kein großes Problem ergibt. Du brauchst halt einfach, wenn du merkst, du hast 700 Min rein, so viel brauchst du einfach vier Rex mehr. Aber da ich halt einfach mich null mit beschäftigt habe. Und ich finde, Terran ist eine Rasse, wo, genauso wie bei Protoss, du wirklich wissen musst, was deine Build Order anfangs ist, weil du sonst super behind fällst. Ist das einfach ein bisschen nervig, weil du gar keine Ahnung von der Rasse hast. Das ist der Vorteil mit SIRC, du brauchst keine Build Order, du kannst einfach Freischnauze bauen. Ganze Freischnauze kannst du da, glaube ich, auch nicht bauen. Also, naja, die Build Order ist das öfter so 17, 18, 18, 17, 18, 19 und dann baust du bei 3,30 so eine Third. Okay, okay. Wenn das so ist, muss ich vielleicht doch wirklich zu ZERC wechseln. Das scheint dann doch, wenn das Freestylen bei ZERC der normale Spielstil ist, ist das wahrscheinlich doch meine Rasse am Schluss. Nein, der Freestyle bei ZERC ist halt zu einem gewissen Grad, solange du gut makkerst und weißt halt, ungefähr in diesen 30 Sekunden sollte ich zwei Evo Chambers bauen und da sollte ich so viel Gas haben. Ist das halt fein. Bei Protoss wiederum musst du halt wissen, oh, das nächste Gebäude wird das, dann das, dann das, dann das. Damit du wirklich dann nicht plötzlich da sitzt und dir denkst, oh, ich habe noch keinen Disruptor draus, mein Robo-Base ist noch nicht live. Ja, halt schon. Ja, was ist denn, deiner Meinung nach, die beste Unit im Spiel und was vielleicht die schlechteste? Die beste Unit muss der Disruptor sein. Also, es gibt ja keine andere Wahl. Es ist mit Abstand die beste Unit. Ich habe sie geliebt, als sie so weird war, dass sie auf Kontakt explodiert ist. Und ich habe sie geliebt, als sie sofort zurückgeändert wurde. Und mit Abstand die dümmste Unit, es gibt nur eine, also es sind die Dark Templar, also. Wie oft ich ein Game verloren habe, weil ich Dark Templar abbekommen habe, also ich will es gar nicht mehr sehen. Ja, ich glaube, da können sehr viele Leute gerade relaten, wenn sie das hören. Wer hatte das noch nicht? Ah, noch kein Observer, noch kein Detection, gerade kein Scan, wie auch immer. Du spielst einen Two-Base-Push, denkst dir so, easy, ich habe zwar Robo, aber ich habe jetzt Immortals und dann kommst du, fightst und realisierst, scheiße, die haben die Tees, jetzt muss ich das um 20, 30 Sekunden delayen. Und dann verlierst du einfach. Aber sonst natürlich gute Units, Mutas, also die beste Surg-Unit, die es gibt. Ja, ich glaube, da kann es auch nicht mehr andere sagen. Noch ein Wund mehr, wieso ich zu Surg zurückwechseln wollte. Two-Base-Muta macht halt wirklich Spaß zu spielen. Ja, kann ich bestätigen. Und wenn ich zurückdenke in meine Heart of the Swarm-Zeit, hatte ich auch mit CVC halt diesen alten Two-Base-Mutas-Play von Aleph und ich hatte bestimmt eine 80-90%-Rin-Rate. Aber ich habe gegen alles andere verloren, also schade. Vielleicht muss ich mir wirklich nochmal ein richtiges Replay reinziehen. Zwischendurch spiele ich ja auch Zerg gerade und es macht halt einfach Spaß. Aber so ein richtiger Bild für Two-Base-Muta, da ist halt auch so, ich freestyle da noch relativ hart rum. Und ich glaube, wenn ich damit aufhören würde, allgemein wäre es... In Two-Base-Muta, wenn du weniger freestyles, das ist eine recht akzeptable Build-Order. Die ist also auch nicht so streng, wenn es mal 20 Splites nicht. Aber wenn es mal so 10, 15 Sekunden später ist es auch nicht so schlimm. Öfters spielt man das ja auch mit irgendwie 1414 spielt Aleph, das ja öfters und so. Und dann muss man ja eben das alles ein bisschen on the fly machen. Ja, wenn ich mir nochmal... Das macht mega viel Spaß. Vor allem, man kann es auch gegen Terran machen. Immer dieselbe Build-Order gehen, das ist ein Traum. Ja, läuft. Ja, was würdest du denn Leuten empfehlen? Ich meine, wir haben jetzt das Spiel, das ist schon alt. Aber wenn jetzt noch jemand neu anfängt mit StarCraft, was wäre so deine Empfehlung? Wie man da reinkommt, vernünftig? Wie man da reinkommt, vermutlich wähle eine Rasse, egal welche. Theoretisch sind halt solche Sachen wie Protoss natürlich ein bisschen einfacher als Zerg, weil du an weniger Stellen anfangs arbeiten musst und Probleme hast. Aber nimm die Rasse, auf die du Lust hast. Such dir für... Mach dich vertraut mit natürlich den Units. Weiß, wie alles grob funktioniert zumindest. Und nachdem du ein bisschen spielst, am besten einmal die Kampagne, ganz ehrlich. Ist, glaube ich, einfach gut, um sozusagen zu wissen, wie sich das Spiel steuert und alles. Und sie macht Spaß. Und dann such dir eine Build-Order für jede Rasse raus und guck die halt einfach. Konzentriere dich hauptsächlich auf den Makro. Was ist das Wichtigste, finde ich, wenn Leute zum Beispiel von League of Legends oder so an StarCraft kommen, die haben dann das insane Micro und die Micro in die Units perfekt. Und du denkst dir so, wow, für einen Goldspieler Micro ist das echt gut. Und dann guckst du und der hat 2000 Mineralien. Und du bist so, hm, du hättest auch ruhig 10 Units da verlieren können. Und 0 Mineralien haben. Also anfangs viel mehr auf Makro achten, das ist eigentlich das Wichtigste. Sobald du ein solides Makro hast, kannst du so etwas wie Multitasking und so einfach später werden. Sobald du... Die wichtigste Basis im Spiel ist Makro. Finde ich persönlich. Und nicht zu viel All-In. Ist ein guter Tipp. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Dann bin ich mit Protoss recht hochgeclimpt. Und dann habe ich angefangen, Makro spielen zu wollen und habe jedes Game verloren. Ja, da gibt es einige Beispiele, das hier so machen. LeComplete hat das ja auch eine Zeit lang gemacht. Schön, Zerk, immer schön, ja, mich All-Ins. Das hat gut geklappt. Ich hatte das sehr lange... Ich hatte das in Protoss gegen Terran. Ich konnte dieses Match-Up nicht spielen. Absolut gar nicht. Und habe jedes Game All-In. Proxy Void Ray, Proxy Robo, Bling All-Ins. Und ich konnte dieses Match-Up nicht spielen. Und es hat mich bestimmt eine gute Zeit gebraucht, im Ladder-Makro zu lernen, mit A-Lith zu spielen, um dann das Makro jetzt zu können. Also dafür bin ich jetzt meiner Meinung nach ziemlich gut im PVT. Dann hat es ja was gebracht, das Lernen. Das ist doch dann schon mal gut. Ja, natürlich. Ich finde, man merkt seinen Progress in StarCraft eigentlich ziemlich gut. Ja. Wenn man sich wirklich fokussiert auf Sachen, merkt man, ey, ich habe mich jetzt anderthalb Wochen aufs Makro fokussiert und es wird einfach besser. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Vor allem, wenn man auch einigermaßen regelmäßig spielt und dann immer nach dem Spiel, wie viel Work habe ich eigentlich gebaut. So, dann hat man es auch immer weiter im Kopf und hat es immer wieder drin. Und diese Repetition, die man immer drin hat, bringt halt dann schon relativ viel. Was ich noch wichtig finde, ist, achte weniger auf Pros am Anfang. Weil es ist immer so, oh, der Pro spielt das so und so und so und so. Und das ist theoretisch besser. Aber ganz ehrlich, du guckst dann runter und siehst, ich habe Overmanerals. Dann sag nicht, oh, man kann sich aber nur so viele Gates finanzieren. Ja, ist doch egal. Du bist doch eh schlecht. Also baue sechs mehr. Genau. Vor allem, vor allem, vor allem Zerks of Low Elo haben das Problem. Die sind, die sehen einfach nicht ein, eine Makro-Hedge zu bauen oder so. Und manchmal habe ich mir gedacht, ey, ich habe so viele Bereiche, ich baue zwei Makro-Hedges auf vier Basen. Wenn ich es nicht hinkriege, dann habe ich immerhin die Units dann, ne? Ja, im Zweifel bist du ja denn auch, wenn du die Mineralien sammelst, auch beim Injecten wahrscheinlich nicht so krass. Das halt. Dann hast du halt weniger Larven, dadurch, dass du nicht Inject ist. Dann hast du vielleicht ein paar mehr Bases, dadurch... Vielleicht ein schlechtes Spiel ruhig durch andere, äh, schlechtes Spiel aus, was theoretisch nicht gut ist. Es ist halt einfach so. Ja. Das stimmt. Es gibt Schlimmeres. Äh, genau. Du hast gerade schon gesagt, oder ganz am Anfang auch schon gesagt, du bist in League gar nicht so schlecht. Dann kommt auch direkt die Frage, du spielst League, das haben wir schon rausgehört. Gibt es noch andere Spiele, die du, also sag mal E-Sport-Spiele oder vielleicht auch so Solo-Games, die du gerade spielst? Ähm, also E-Sport-Spiele, also ich spiele alles Mögliche immer wieder an. Ich spiele About Anrunde Valorant, ab und ran, früher ab und an eine Runde CSGO, aber in den ganzen Spielen war ich eigentlich nicht gut. Ähm, sonst, ich habe eine Runde lange, lange Zeit, um 2019 so rum, Osu gespielt. Okay. Stundenlange, täglich, aber auch nie so gut gewesen. Und sonst, ach, ab und an Solo-Spiele absolut nicht gegen, auch so Roguelike-Indie-Spiele, so Slay the Spire, Card-Building-Games, großer Fan von, ähm, alle möglichen Online-Simulatoren für auch Kartenspiele, also, ich meine, ich spiele Yu-Gi-Oh! im Real Life ab und an auch mal eine Runde online dann halt. Sonst natürlich ein großer Fan von sowas wie Pokémon. Rüte Klassiker. Ja, wer mag das nicht? Ab und an geht es dann rüber, setzt man sich hin, mal ein bisschen die Switch anmachen, also, und auch die ganzen alten Spiele immer wieder, also, bin ich mit aufgewachsen, gehört dazu. Sehr gut. Ähm, ja, was ist denn, soll ich jetzt mal so ein bisschen bunte Tüte quasi anfragen, was, was ist denn was, wenn du Streams guckst, was dich dazu bringt, dass du dranbleibst und was sind Sachen, wo du dann abschaltest? Äh, es gibt zwei unterschiedliche Arten sozusagen von Streams, die ich gucke. Äh, die einen sind natürlich Unterhaltungs-Streams. Da ist, überraschenderweise, ist halt wichtig, wie das Streamer drauf ist, unterhält er sich, unterhält er die Leute, ist ja witzig drauf. Ich meine, wir gucken ja nicht alle Maralekos wegen dem High-Level-Game. Was? Das halte ich jetzt aber für ein Gerücht. Und dann gibt's natürlich Games, es gibt dann auch noch ein paar Streams, die ich mir einfach angucke, wenn ich halt zum Beispiel Pro mir angucken möchte oder so, die sind dann öfters halt, ich meine, es gibt genug Pros, die super unterhaltsam sind, aber in anderen Spielen gibt's halt auch Pros, die halt nicht so unterhaltsam sind, aber da möchte man sich vielleicht mal was angucken, wo man weiß, oh, da möchte ich ein bisschen was lernen. Momentan halt wieder, demnächst kommt in League of Legends ein neues Teamfight Tactics-Set raus, spiel ich auch immer mal gerne und ich hab keine Ahnung, was grad abgeht. Also guckt man sich dann ein paar gute Leute an und guckt einfach mal so, was die machen und dann geht das schon, also sowas halt. Oder auch bei Yu-Gi-Oh! gibt's genug Personalities, die super unterhaltsam sind und dann gibt's halt die Leute, die wirklich extrem gut sind, wo du dann einfach zuhörst, um einfach nur deren Gedankenprozesse zu verstehen und einfach nur zu sagen, so okay, gut, ja, sehe ich's auch so, jetzt wo du's sagst. Also das finde ich so zwei unterschiedliche. Ja, so ein bisschen auch der Unterschied zwischen wahrscheinlich aktiv und passiv gucken hier und da so ein bisschen, weil wenn du sagst, Pro-Gamer zu gucken, dann ist ja meistens eher so, dass man wirklich guckt, was macht der. Ja, da versucht man das dann wirklich nachzuvollziehen. Unterhaltung ist eher so, wenn was passiert, gucke ich mal rüber oder so. Ja, Unterhaltung ist aber auch sowas wie, sowas kann man halt, finde ich, gut nehmen, wenn man irgendwie selbst was spielt, anhaben. Ich hab immer gerne mal irgendwie mindestens Musik, aber meistens aber eigentlich einen Stream an neben mir, der mit mir redet, wenn ich irgendwie LoL oder StarCraft spiele. Und sonst, manchmal liege ich, ich schlafe auch persönlich immer vorm Schlafen, gucke auch mal irgendwie noch eine halbe Stunde mindestens in irgendeinem Stream nachts oder so. Ich bin oft genug mit meinem Handy eingeschlafen, sodass der Stream noch so vier Stunden weiter gibt. Kleinigkeiten. Und ja, wenn man das halt so nebenbei was macht, ich meine, es gibt auch genug Unterhaltungsstreams, wo ich dann mal stundenlang wirklich aktiv dabei bin, aber meistens hat man die dann halt nebenbei an und interagiert dann halt immer mal wieder. Es ist, als würde ich mit irgendwie in meinem Discord sitzen manchmal, ne? Ja. Wenn man so im Maralek-Ausstream sitzt, müssen wir mit ihm schreiben. Es ist wie, als würde man mit ihm im Discord sitzen. Ach ja, ist das schön. Ja, aber dann mache ich doch mal direkt eine Maralek-Ausfrage auch rein, und zwar gehen wir zu Turnierfragen. Was ist denn so dein Lieblingsturnierformat? Ich meine, es hat alles Vor- und Nachteile, sind wir ehrlich. Ich finde diese Replay-Liga-Systeme gerade ziemlich gut, einfach weil es flexibel ist. Und man spielt nicht so viel am Stück. Das heißt, es ist nicht schlimmer, wenn man irgendwie ein schlechtes Spiel hat, dann ist es nicht so, wow, jetzt muss ich aber noch so zehn Games spielen, was ein Scheiß. Jetzt bin ich schlecht drauf. Und du kannst halt Zeitliches gut einplanen. Wobei ich aber auch absolut gerne solche richtigen Brackets mäßig spiele, so richtig oldschool-Turniere mit so Loser-Brackets, Gewinner-Brackets und so. Und dann irgendwie so einen ganzen Abend mal so zehn Games am Stück spiele, einfach nur, um mich durch dieses Slugfest einmal durchzugehen. Und am Ende so richtig schlechte Games im Finale abzuliefern, weil alle schon erschöpft sind. Oh ja, schön. Macht halt auch mega viel Spaß. Noch mal ein schönes Best-of-Seven reindrücken. Richtig geil. Und so richtig hier schon so sitzen, so. Was mache ich? Nachts um drei. Das habe ich letztens von Tim gehört, von Aelith, als er so in ein A-Tuneer gespielt hat. Irgendwie so, ich so, wieso bist du so müde? Er so, ja, ich habe bis vier Uhr morgens dieses Turnier gespielt. Das hat erst um zwölf angefangen. Ich muss auf jeden Fall. Am nächsten Tag musste er irgendwie um acht Uhr raus und mit mir Yu-Gi-Oh zu spielen und er war komplett fertig. Das war wunderbar. War sehr gut, ey. Ja, das war auch ein Classic, glaube ich. Also nicht nur, wenn man Turnier spielt, sondern allgemein einfach mal spielen und dann Zeit vergessen. Das ist ja auch so eine Sache, die man gerne mal hat. Das ist auf einmal so, drei Uhr denkst du so, ach shit. Was ich aber auch sagen würde, was ich richtig, richtig geil finde, das habe ich aus den Zeiten, wo man halt aktiv im Clan Wars und so gespielt hat, diese ganzen Team-Formate. Es ist einfach wirklich ein Traum. Diese ganzen Team-Ligen machen so viel Spaß. Mit diesen ganzen All-Kill-Formaten oder auch diese einfach nur so gegeneinander und dann Ace-Spieler nochmal Formate. Es macht persönlich sehr viel Spaß. Also, Mara Lekos Team-League-Wan? Ja, eins nach dem anderen. Ich habe erstmal noch andere Pläne. Also, ich muss eins nach dem anderen machen. Erstmal die nächste Saison. Dann für die übernächste Saison habe ich schon Planung, aber das kommt dann irgendwann zwischendurch aus. Wann ist eigentlich das große Mara Lekos FFA-Turnier? Das Spielverband. Das FFA-Turnier. Das wäre doch mal was. Man hat so 16 Leute und dann gibt es so zwei Lobbys. Da spielt man dann zweimal oder so. Dann mischt man sie nochmal einmal durch, nochmal zweimal spielen und die Top 4 oder so von beiden Lobbys kommen dann weiter. Dann am nächsten Tag nochmal mit acht Leuten oder so. Das wäre ja fucking funny. Ja, ist denn die Frage. Da muss man sich noch ein System überlegen, wenn man sagt, okay, 16 Leute, dann spielen die irgendwie zwei, dreimal. Ja, dann hat man ja zwei Lobbys sozusagen, weil es sind immer acht Leute. Und dann die Top 4 machst du quasi in die nächste Runde? Mhm, von beiden. Und dann hast du halt nochmal einen Top 8. Okay, okay, okay. Das einzige Problem bei FFAs, würde ich sagen, ist, es dauert. Ja. Es gibt oft genug FFAs, die irgendwie so 50, 60 Minuten nur gehen, aber dann gibt es auch welche, die drei Stunden dauern. Ja, das ist richtig, aber... Aber da gibt es ja auch solche King of the Hill Sachen und so, also dass man das dafür... Gibt es, glaube ich, auch Maps, wo du wirklich den King of the Hill in der Mitte hast, dass wenn irgendwer wirklich in der Mitte dann irgendwie zehn Minuten sitzt, dann halt gewinnt. Und das halt, das dafür führt, dass nicht jeder einfach zu Hause sitzt auf 20 Cannons und Shield Batteries mit 50 Garry an. Ja, das Ding ist also, ja, es dauert vielleicht lange, aber gleichzeitig hast du ja auch das Ding, wenn... Im Zweifel kannst du ja auch sagen, nur der Erste kommt weiter. Dann hast du ja mit einem Spiel auch nicht einen Spieler eliminiert, sondern sieben. Das stimmt natürlich. Man hat denn zwar ein langes Spiel, aber dafür sind auch viele Leute raus. Also ich glaube, da werden halt schon wirklich Leute dabei. Vor allem die Sache ist auch bei FFA, da ist nicht dieser riesen Skill-Unterschied ein Problem. Also da können auch ein GM-Spieler gegen einen Dia-Spieler easy verlieren, weil... Es ist ja ein Team-Spiel. Es ist ja indirekt ein Team-Spiel. Die Sache ist halt, die ist, es ist ja alles so ein Social-Game dann auch gleichzeitig mit diesen Wargames, Mind-Games. So, wenn ich dich jetzt nicht angreife, hilfst du mir dafür später in die Richtung und so. Am besten steckt man die Leute dann auch noch in einen extra Discord-Channel und nimmt dann noch einen zweiten Account mit rein, mit dem man dann zuhören kann zwischendurch, was diese erzählen die ganze Zeit. Ich glaube, Maralekos, du hast das neueste Format. FFA Monday. Let's go. Okay, Monday. Ja, mal gucken. Jeden Montag ein FFA mit Maralekos. Ja, Wollo. Okay, ein FFA wäre wahrscheinlich zu kurz. Da muss man sich ein bisschen mehr überlegen, weil... Uh, sagt das uns damals im Wifisch, wenn wir das gespielt haben, gegen die sechs, sieben Stunden manchmal. Okay, dann ist das schon ordentlich, aber ich sag mal... Okay, das jetzt nicht, aber bestimmt so zwei, drei Stunden. Mit der Traumarmee, mit allen Units zusammen, weil Tim Sörg war. Und dann, so dass es bei allen laggt, meinst du, wenn es in den Fight geht und dann bleibt das Spiel kurz stehen und am Schluss sind vier Units noch da und einer hat gewonnen? Ja, exakt. Okay. FFA sind wunderbar. Alle denken, du bist schon tot, aber in echt sitzt du nur auf irgendeiner Insel. Ja, das stimmt. Ist schon auch vorgekommen sowas. Ja, aber da habe ich jetzt eine gute Idee, auf jeden Fall, was man noch so machen kann. Weihnachtsstream, sag ich euch. Heiligabend vormittags, FFA. Let's go. Ah, bin ich nicht da. Dann vielleicht ein anderer. Mann! Mann! Mein Idee, so eine Scheiße. Ich bin bei den Eltern meiner Freundin mit, so auf dem Küchentisch. Ja. Schön, die anderen machen Plätzchen und du so, ich muss spielen! Mach weg, ich mach die Platte später. Gut. Dann haben wir jetzt aber auch schon einiges durch. Dann würde ich mal sagen, gehen wir Richtung... Ja, was war denn? Top... Es muss nicht eine Top 5 sein, aber ich sage so 5 gute aus irgendeiner Kategorie. Und dann sage ich dir einfach mal... Was machen wir denn? 5 gute... 5 gute Nicht-E-Sport-Computerspiele. Nicht-E-Sport-Computerspiele? Okay, ich weiß, was mein Platz 1 ist. Platz 5. Lass mich kurz überlegen. Ja, gönn dir. Okay. Okay. Ich muss einfach nochmal meine Steam-Library aufmachen. Ich würde sagen, Platz 5 ist irgendwie... Okay, ein Klassiker, komm. Binding of Isaac. Ein absolutes, klassisches Spiel. Super viel Spaß. Immer mal wieder gute Zeit reingesteckt. Ein Traumspiel. Platz 4 würde ich sagen, Slay the Spire. Auch ein sehr gutes Roguelike-Deckbuilding-Game. Edith liebt es. Ist viel besser als ich. Aber es macht mega viel Spaß, es ab und an mal wieder irgendwie 1-2 Runden zu spielen. Platz 3 ist... Orient the Blind Forest. Absoluter Klassiker, also... Ach, schnitt. Ich habe zu doll PC gedacht. Okay, das ist nur PC-Spiele in Deutschland. Ich habe komplett alle guten Sachen vergessen, wie Nintendo-Spiele und so. Ups. Ups. Kleinigkeiten. Platz 2 wäre bei mir dann bei PC-Spielen auf jeden Fall Terraria. Okay. Meist gespielt ist Spielen neben den ganzen Competitive-Spielen. Da habe ich bestimmt über 1.000 Stunden drin, also... Ist wunderbar. 1.000 Stunden ist schon ordentlich. Ja, natürlich. Und das Beste, was ich jetzt so länger mal wieder am PC gespielt habe, würde ich sagen, ist Nier Automata. Hat super viel Spaß gemacht. Wie heißt das? Nier Automat? Nier Automata. Nier Automata, okay. Ist aus der Nier-Reihe. Es gibt auch Nier Replicant, glaube ich, heutzutage schon. Aber das ist ein Traumspiel. Macht super viel Spaß. Es wird tatsächlich beides gar nichts. Nier? Es ist schon wieder was gelernt. Nier Automata. Oh, musst du mal spielen. Ist ein gutes Spiel. Ist ein gutes Hack-and-Slay. Ist ein wirklich spaßiges Spiel. Sonst, Spiele aus meiner Kindheit habe ich halt super viele. Ich liebe Smash Bros. natürlich Competitive. Pokémon ist ja auch zum gewissen Grad Competitive, aber egal. Sowas wie die alten Hard Gold, Sol Silver, die alten Silber Gold, Original, auch super gute Spiele. Alle möglichen Zelda-Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Das alte Link's Awakening war mein erstes Zelda-Spiel, super gut. Breath of the Wild ist natürlich auch das klassische Zelda-Spiel jetzt schon geworden. Das ist ja ein absoluter Traum. Und sonst bestimmt noch ganz viele andere Spiele, die ich jetzt nicht aufzählen kann gerade. Ja, es gibt so viele gute Spiele einfach. Es gibt so viele gute klassische Spiele. Man hat nicht genug Zeit dafür, die alle zu spielen. Ja, wirklich so. Also auch Spiele, die ich damals gespielt habe, sowas wie Herr der Ringe, Schlacht und Mittelerde. Oh. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, nicht wahr? Auch im Laden spielen mit einer CD, weil du während des Spielens die CD rausnehmen konntest, weil das hat das Spiel nicht gestört. Du brauchst die noch am Anfang drin. Ja, das war ja auch so. Das heißt, du hast die eine CD rumgegeben und alle konnten damit spielen. Alle dann schön im Laden und ein Traum. Ach ja. Guten Zeiten. Ja, da noch mal hin. Das ist ja schon gut. Nur das Netzwerk kann das von heute bleiben. Das ist gut. Ja, bitte. Ich möchte meine Glasfaser haben, aber bitte die alte Zeit. Ja, genau. Einmal wieder Kind sein. Das wäre ein Traum. Einfach nur nach Hause kommen von der Schule, irgendwie so um eins. Und dann einfach irgendwie den ganzen Tag an den Nintendo setzen. Und ja, aber meine Kinder waren auch so ein Wechsel zwischen Computer und Sporthalle. Fußballplatz, Computer. Ja, auch viel Fußball gespielt in Kindheit und so. Ja. Aber auch schon ewig nicht mehr. Ja, dann willst du mal wieder Zeit, ne? Bisschen mehr Starcraft spielen, ein bisschen mehr Fußball spielen. Dann läuft das. Mal schauen. Vielleicht auch was anderes, wer weiß. Starcraft kriechen. Das ist sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir so langsam Richtung Ende. Dann habe ich die letzte Sachen sind so einmal. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Wo kann man dir folgen vielleicht auch, wenn es dich interessiert, dass dir Leute folgen? Oder wenn die Leute das interessiert, wo sie dir folgen können? Also in der Theorie bin ich auf Twitter, aber man sieht nicht viel aus ab und an meinen Enten-Post. Aber ich wüsste jetzt nicht wirklich, also wie Fisch-App ist, falls auf Twitter irgendwie was ist. Twitch braucht man mir nicht folgen. Ich hatte eine Zeit lang mal versucht, irgendwie zu streamen, weil ich konnte mich nie motivieren. Mehr über halt so ein, zwei Bullshit-Streams oder so, aber sonst eigentlich nirgendwo mir folgen. Folgt mal an der Lekos. Viel besser. Okay. Da kriegt man immerhin was für sein Follow. Das hoffe ich. Ich versuche es immer wieder. Und dann zum Abschluss. Möchtest du da irgendjemanden grüßen oder sowas? Und ich frage immer nach einer Weisheit für die Leute, die zugucken oder auch für mich, wenn du da noch was hast. Ich kriege gleich eine Weisheit, alles gut. Eben meine Weisheit googeln. Nicht googeln, nicht googeln. Ich habe eine gute Weisheit-Sache. So, erstmal viel wichtiger. Shoutouts. Ja, ich meine mein Boy Aleph. Er motiviert mich, Saka zu spielen ab und an. Ähm, sonst, äh... Uh, Shoutouts in der Star-Craft-Szene. Wenn ich jetzt nur ein Shoutout habe, sind ja alle so. Und dann sind die anderen so traurig. Ja, wenn du fünf machst, dann sind wahrscheinlich noch mehr traurig. Weil sie dachten, sie... Uh, das wird immer schlimmer. Also ja, Aleph, das Shoutout. Sonst, ähm... Mit wem habe ich so viel zu tun? Ich habe halt nicht so viel mit den ganzen Leuten so außerhalb von Star-Craft wirklich zu tun. Ich mache nicht so viel außerhalb mit den Leuten. Aber ich bin halt... In Star-Craft verstehe ich mich immer eigentlich ganz gut mit all den Leuten. Also... Ich meine, Klassiker, ne? Gegen Stahlbolzen spielen ist immer wieder wunderbar und so. Also... Ja, macht immer wieder Spaß. Ah, ne. Die ganzen Star-Craft-Leute, die alle mitspielen, wunderbar. Freut mich. Ich mache nächstes Mal wieder in der Mara-League-Haus-Liga mit, ne? Ich komme eine Liga höher, also will ich auch, dass da die guten Leute noch sind. Lass mich bitte gewinnen. Und besieg mal alle Aleph, damit der absteigt, damit ich endlich in die Liga mit ihm komme. Das wäre schon ganz geil, wenn du jetzt aufsteigst. Das ist der Plan. Er steigt von oben ab und ich steige von unten auf. Okay, okay. Dann musst du aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr spielen, als du es aktuell tust. Ja, so ungefähr zehnmal so viel. Glaube ich auch, ja. Ich schieße einfach. Ich schieße jetzt einfach jeden weg. Ey, wenn du... Das ist mein Einkönig an euch, Leute. Ich schieße euch alle. Alles klar. Das ist ja schon mal gut. Okay. Hast du eine Weisheit gegoogelt? Ich habe sie nicht gegoogelt. Ich wollte gucken, ob ich irgendein dummes Zitat von mir finde. Schreibst du dir eine gute Sprüche auf, ja? Wenn sie bei D&D kommen, werden sie manchmal aufgeschrieben, ja. Ah, okay. Aber ich glaube, es gibt keine so gute Weisheit hier. Damn. Was sind denn so übliche Weisheiten, die Leute so bringen? Was haben die anderen so gesagt? Das sage ich dir doch nicht. Dann musst du die Talks gucken. Ja, die gucke ich danach noch. Ach. Ja, ich glaube, die beste Weisheit... Ja, natürlich nicht. Die beste Weisheit, Leute, ist... Die habe ich vorhin schon gesagt, die StarCraft-Weisheit. Baut mehr Makro-Hedge. Wenn ihr wisst, dass ihr kacke seid, Leute, ganz ehrlich, habt keine Schande darüber. Seid stolz, dass ihr kacke seid und arbeitet so. Gut, gut, gut. Das ist wichtig. Der erste Weg zur Besserung ist die Einsicht. Wie war es? Ja, ist ja auch so. Das ist auch im richtigen Leben so. Wenn du dir irgendwas nicht so gut bist, dann versuch irgendwie ein Workaround und dann funktioniert das schon. Die Leute sehen schon, dass du das willst, aber du bist ja nicht gut. Vielleicht helfen sie dir dann noch eher, als... Wobei ich fast schon sagen muss, ich spiele am besten, wenn ich der Meinung bin, ich bin einfach gut. Wenn ich ins Game sage und sage, ich bin zehnmal besser als er, dann gewinne ich meistens auch. Also... Confidence. Genau, Confidence. Einfach rein. Seid confident in eure schlechte Sachen, die ihr macht. Dann werden sie ein bisschen besser. Sehr gut. Das ist ja auch so ein Präsentationsskill, den man haben muss, ne? Mhm. Gutes Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit. Das macht man so. Ja. Vielleicht frohen dritten, zweiten Advent. Wer weiß, wann es hier kommt. Ja, wer weiß. Wer weiß. Das weiß ich selber noch nicht so ganz. Frohes Nikolaus. Vielleicht auch das noch. Mal sehen. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. War ein Spaß. Und guck mal, an welchem Tag du landest. Und ja, je nachdem, wann es kommt, wünsche ich schon mal schöne Weihnachten, ne? Auf jeden Fall auch danke an dich, Maralekos. Organisierer hier im deutschen Bereich. Ja, immer wieder gerne. Irgendwer muss es ja machen, ne? Einer muss es ja machen. Genau so ist es. Gut. Glücklich, dass ich es nicht bin. Ja, du musst ja auch studieren. Deshalb. Genau. Gut, dann war es das. Danke, danke. Und ja, haut rein. Haut rein.